Samstag, der 18. Dezember 2021. Hallo und herzlich willkommen an diesem Samstag vor 4. Advent. Wir öffnen heute das Türchen. Beginn nach dem Adventskalender vom Nidl wie immer. Aber zuvor, wie schon zu sehen ist, ist ein Stern. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Mama. Zum 65. Uhr gemerkt. Stern ist nur draußen, jetzt müssen wir noch bezehren. So, im ersten Adventskalender kommt jetzt was. Ein Teddybär. Beim Aldi Adventskalender müssen wir ein bisschen runtergehen. Und dann kommt auch ein Teddybär zum Vorschein. Folglich kommt bei dem zweiten Tegu Adventskalender ja das auch. Dann sage ich mal, bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen. Und liebe Mama, hat ein schöner Feuer.